Was wir hier sehen, ist unser neuestes Modell des MH300 von MobiHeat. Es handelt sich hier um eine mobile Energiezentrale, ein Heizcontainer. Ganz neu an diesem Modell 2015 ist beispielsweise unter anderem diese Steuereinheit, die extrem vereinfacht ist und deshalb für den mobilen Einsatz hervorragend geeignet ist. Zudem, Sie sehen es an dieser kleinen Antenne, verfügt dieser Heizcontainer über eine Fernüberwachung. Das heißt, wir von MobiHeat können unsere Heizcontainer, unsere Energiezentralen, jetzt vom Betriebsgelände aus überwachen. Auf sie zugreifen bedeutet, wir wissen, wo sie stehen und können so auch das Brennstoffmanagement übernehmen. Das Modell MH300 von MobiHeat hat eine Heizleistung von 300 kW. MobiHeat. 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 Untertitelung des ZDF, 2020